So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde Hunger Games. Ja, ihr habt gerade jemanden dazwischenreden hören. Und zwar sind die Jungs von Rockstar LP da. Richtig. Und wir sind so mega hyperaktiv, dass wir die ganze Zeit reden. Das tut uns erleiden. Nein, Spaß. Ja, kein Problem. Wir sind hier in der Survive-Map, die vierte ist das, ne? Ja. Die hatte ich schon einmal ausführlich gespielt. Also ich liebe die. Die ist richtig geil. Hier habe ich auch eine Route, aber wegen dem Tech-Jubic weiß ich nicht, wo ich gerade stehe. Hinten oder vorne. Ja, ich finde die Map auch hammergeil. Ich bin übrigens neben dir, Saad. Ah, ja. Ja, genau. Ich habe auch eine Route in der Map, die ist voll cool. Wo ist der Cookie? Der steht links neben mir. Ja, hier hinten. So, und jetzt sind es auch noch gleich fünf Sekunden. Ah, okay. Map ist voll. Genau. 24 von 24 Leuten. Und Team ist hier sogar. Es sind zwei Leute erlaubt. Die Tech-Jubic ist auch ein... Alter, geil. Uh, sehr gut. Aber ich gucke in eine Kiste und dann ist eine einfach Schuhe drin. Ja, ich auch. Christoph, aber die hast du gekriegt, ne? Ja. Die wollte ich haben. Du hast mir die Schuhe weggesnackt. Entschuldigung. Passt schon. Bin ja nicht. Naja. Ich muss vielleicht meinen Tech-Jubic ändern, ne? Ach so, Christoph. Wir Team? Ja, okay. 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 Dann mach... Ich geh aufs Dach und du machst die Sachen unten. Zu dritt dürfen wir nicht, oder? Ja, in dem Haus mach ich die Sachen. Du gehst aufs Rasse? Darf ich mit euch, Team, machen? Äh, ich zählte dir als Eins, oder nicht? Bis zwei... Ja, komm, fällt nicht auf. Kannst... Fällt nicht auf. Wenn wir uns sehen, killen wir dich nicht. Also... Ja, ja. Und wenn du was brauchst, dann geben wir dir das auch. Aber ich... Wir dürfen nicht so offensichtlich... Ach, guck mal. Nicht, dass es mir irgendwie Items gibt oder so, ne? Nee. Ich hab... Oh, ich hab schon zwei Holzschwerter und... Das Technik ist scheiße. ...Lederrüstung jetzt, ey. Alter. Wollt mich einer gerade umbringen, aber der ist geflüchtet, weil er kein Schwert hatte. Nice. Irgendwie ist hier nur noch... Bist du auf dem Dach hinweggegangen? Ja. Okay. Ich hab sehr viel Nahrung, also... Habt ihr schon einen Schwerter oder so? Ja, ich hab zwei Holzschwerter. Fuck! Das neckt mich einer von denen mit Eisenschwert. Oh, 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 oh. Nein. Das schaff ich nicht. Christoph, ich spring runter, dann kannst du meine Sachen ab. Nein, 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 nein. Ja, fuck. Ich bin... Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ein Goldschwerter. Oh, ein Goldschwerter. Ja, zwei, drei Goldschwerter. Es tut mir leid, Mann. Das... Ich konnte nix machen. Das war... Ey, cool. Ich hab einen umgebracht. War gar nicht geplant, ne? Ja, Christoph, auf dem Dach war so ein kleiner Penner, der mich gekillt hat. Geh doch mal hoch. Ja, ich versuch's. Rocks' LP-Team ist gescheitert. Naja. Alter, jetzt hab ich fünf Goldschwerter. Fünf. Ach, scheiße, Mann. Was soll ich mit fünf solchen Dingern? Ja, ich seh ja auch gerade, dass es eine richtig wilde Runde ist. Die ganze Zeit sterben da welche. Ihr seid nur noch 14. Ich hab drei Hanische Leder. Krass, ey. Die Map, die läuft seit zwei Minuten oder so und schon jetzt elf Spieler gekillt. Die ist richtig geil, die Map, ey. Okay, der ist auf dem Dach nicht mehr. Aber ich hab... Da war noch einer, den hab ich wechseln. Und wie findet ihr die neue Lederrüstung? Wie? Die hat ja eine neue Textur, ne? Ja, die finden wir ziemlich cool eigentlich. Was ist stärker? Holzschwerter oder Steinschwerter? Äh, ähm, Goldschwerter oder Dingsschwerter? Gleich. Genau, gleich. Aber Gold geht halt schneller kaputt. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Aber ohne Scheiß. Ich hab jedes Mal das Gefühl, dass Gold, äh, ein bisschen mehr Knockback hat. Das kann sein. Ich hab keine Ahnung, aber ich hab das Gefühl halt, ne? Ich glaub, Schwerter haben so allgemein gar keine Knockback, oder? Doch schon immer ein bisschen. Ist das nicht alles gleich? Ja, ich glaub auch. Und jetzt klingelt das Telefon. Passt ja perfekt. Das ist amazing, das ist live. Wir sind auch nur Menschen. Hört man aber nicht. So. Mal sehen, ob meine Standardkisten noch da sind, alle. Also Saad läuft gut für dich, oder? Für mich läuft's richtig gut. Da kommt einer. Ich hab schön viel Fleisch. Okay, Christoph hat ein Eisenschwerten tot. Ja. Das war's. Für Kaisat, dann drücken wir dir die Daumen. Ihr seid schon tot, oder wie? Ja, Rockstar IP ist raus. Leider. Aber ihr seid, äh, auch nur noch sieben Spieler auf der Map. Moment, Moment, ich glaub ich sterb. Ah, nein, 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 ich bin da nicht tot. Ich hab hier was zum Bekommen. Geil. Du hast den gekillt, hab ich gekillt. Feuerzeug, ja. Yes. Okay, aber ich muss was. Ah, und ne Enderpern. Go, go, start. Zwei Stück sogar. Du hast ein geiles. Wen, wo hast du den gekillt? Oder warte mal. Ähm, hier, diese kaputten Burg, bei diesen Ruinen hier. Ähm, habt ihr die Aufnahme jetzt beendet schon, oder wie? Unsere läuft nicht mehr, genau. Boah, ich hab grad voll den Schock bekommen. Ich dachte, ich nehm nicht auf. Aber das war schon irgendwie, alles easy. Das war irgendwie gerade ein bisschen fetzig, weil ich war ja, ähm, eigentlich der Erste. Ja, was heißt eigentlich? Mensch, das ist der Devin, der mich die ganze Zeit anruft. Ich war der Allererste eben auf dem Dach, ne? Und, äh, aber dann war da auf einmal einer hinter mir. Ach, in diesem komischen Haus da beim Bahnhof? Was da? Äh, nee. Oder wie? Nee, das, äh, da, also das war so ein Hochhaus. Da sind oben zwei Kisten. Und da war ich direkt am Anfang eigentlich. Und da war da auf einmal einer hinter mir. Ich wusste gar nicht, wie der da hochgekommen ist. Und da hattet ihr direkt ein Einzelschwert. Ey, wer hat dich gekillt, hey, ne? Weiß ich jetzt nicht mehr. Saat, ihr seid nur noch zu viert. Zu viert? Scheiße. Okay, die, die bekanntesten Kisten sind schon alle leer. Ey, nein. Ja, wir drücken dir die Daumen, wie gesagt, immer noch. Weil hier gewinne ich eigentlich fast immer, ey, auf dieser Map. Die ist auch, die, ich finde die voll geil, die Map, ey. Ja. Von der Größe voll perfekt und so, ey. Ja, keine Ahnung, man, die hat irgendwie was. Ich weiß es nicht. Die, wenn man die spielt, dann, dann fühlt man sich voll geil. Zweifel. Nein, die, die ist, ich finde die auch irgendwie mega nice, ey. Aber naja. Okay. Voll lustig, man. Ja, ne, ist echt so, man. Voll heimisch, ey. Ja, so Glücksgefühle im Kopf. Voll suchtimäßig hört sich das bestimmt an. Die Map ist irgendwie geil, einfach. Ja. Nein, das ist die beste Map von Boreit, auf jeden Fall. Finde ich. Ich hab hier gerade noch was. Okay, ich sehe den Namen, ich sehe den Namen, scheiße. Ja, du snackst weg. Snack ihn weg. Ganz brutal. Startstyle. Toll, wie viel Lederrüstung wollen die mir noch geben, ey. Lederrüstung lass ich am Ende immer schon dienen. Ähm, kann man auf diesem Server hier auch Diamantrüstung kriegen? Das ist ja jetzt bei einigen neu. Weiß ich gar nicht. Achso, bei dem weiß ich nicht, aber bei den anderen. Eis, ja. Ah ja, und ich hab vergessen zu sagen, wir spielen hier gerade nicht auf dem... Alter, geil, vier Melonen. Wir spielen hier auf dem, wie heißt der nochmal? Sehr... Sehr cool. Genau. Sehr cool Server. Richtig. Von... Das ist der von LukePlays und... TheRonicHardy. Genau. Die IP ist dann auch nochmal in der Beschreibung, falls ihr auch mal drauf spielen wollt. Ich spiele auch gerade das erste Mal auf dem Server, den kannte ich gar nicht. Ja, der ist... Weil der ist immer gut besucht, ey. Ja, genau. Aber der hat auch 200 Slots, also ist schon ziemlich geil. Ja. Es gibt ja schon ziemlich viele Server, ne, mit 200 Slots und so. Ja. Ihr seid zu dritt noch. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Scheiße. Was ist spektaten? Ja, weil kannst du da in der Arena rumfliegen. Ja, also da kannst du mir zugucken. Siehst du aus meiner Sicht sozusagen. Aber die Rechte haben die VIPs und die Admins, ne, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Na, ich dachte, ihr seid so YouTuber, weil ihr die irgendwie kennt oder so. Ja, wir kennen ihn schon, aber wir haben ihn noch gar nicht gefragt, wenn er uns hier zu YouTube hat. Genau. Könnt ihr ihn ja fragen, ne? Macht euch mal. Die Standards erfüllen wir leider noch nicht von 3000 Abonnenten. Oh, das ist... Ja, das ist viel. Ja. Aber wir haben ja mit... Aber da sind auch einige YouTuber drauf, ne? Ja, wir haben ja mit Lookplay sogar schon Mindset aufgenommen und... Hardplay aufgenommen. Saat, ihr seid übrigens nur noch zu zweit. Zu zweit? Also ich und noch jemand hier. Genau. Scheiße. Warum hat der eine meinen Namen geschrieben? Jetzt wird's bohnt. David und 0cookie00. Versteh ich nicht, aber okay. Scheiße, toll. Kommst du den Weg von vorne jetzt? Christoph, ich wusste gar nicht, dass du eigentlich David heißt. Weiß ich auch nicht. Wusstest du auch nicht, ne? Ne, Mann. Alter, die Frage ist auch lustig. Wer kennt Pete Smith? So. Hey, warum schreibt der eine die ganze Zeit da, wie da, wie da? Oh, gebratenes Hähnchen. Schreibt man einfach gar nichts. Kann man auf dem Server mit Feuer spielen? Ähm, ne. Geht auf dem leider nicht. Das... Ja, das fuckt mich immer ein bisschen ab, wenn... Ich will die Sachen immer verbringen. Goldrüstung. Ich find's auch allgemein geil, Leute anzuzünden und dann mit dem Schwert drauf zu hauen, aber... Ja, es ist halt scheiße, wenn... Steht der drauf. Ja, wenn Feuerzeuge in den Kisten sind, aber Feuer nicht geht, ne? Da ist der, da ist der, da ist der. Nein, ich sterbe. Mach sie ihn weg, Junge. Ich sterbe. Ich sterbe, ja. Hau ihn weg. Ich bin aber nicht durch ihn gestorben, ich hab mich, ähm, wegteleportiert und damit nicht gestorben. Okay. Du hättest ehrenvoll verlieren. Nein, egal, wir sind jetzt egal. Also ich bin bei 8 Minuten, vielleicht eine Runde können wir schaffen, war noch, also für mich. Okay. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der anderen Arena. Ähm, oder können wir jetzt direkt schon joinen in eine, falls eine frei ist? Ne, äh, ne, ich glaube nicht. Weil ich drück mal auf irgendein Schild, wo sind denn die Schilder? Ne, ist keine frei, leider. Keine frei. Okay, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Arena. Bis gleich. Und dann sehen wir uns gleich. Vielen Dank.